Ja, hallo, guten Morgen, Herr Maulwurf. Ich melde mich von ShopOnline. Mit dem Namen Hans Maulwurf ist bei uns eine Anfrage für das Mittelweltjohn gekommen, der Herr. Ja. Das sind so die Tropfen für die Gefäßreinigung. Ja, genau, die Gefäßreinigung. Wir hatten da, sag ich mal, eine größere Feierlichkeit. Und jetzt sind halt die ganzen Tabletten, die Kuchenformen, die ganzen großen Schüsseln und die anderen Gefäße halt. Und das muss gereinigt werden. Ja, natürlich. Prima, dass Sie das wissen. Wollte Sie fragen, leiden Sie bitte von erhöhtem Blutdruck oder von erhöhtem Cholesterin? Ja, ja, also ich habe immer so, sag ich mal, so grenzstabile Leute am Fernsprechgerät. Das sorgt manchmal schon für hohen Blutdruck. Ja, und nehmen Sie schon etwas, der Herr dagegen? Zum Beispiel, was benutzen Sie? Marihuana. Benutzen Sie Marihuana für die Gefäßreinigung oder für den erhöhten Blutdruck? Nee, nee, für den erhöhten Blutdruck, ne? Okay. Und etwas für die Gefäßreinigung haben Sie bitte eingenommen? Ja, dann Chlorix heißt das. Verstehe ich. Wie alt sind Sie bitte, Herr Maldorov? 73. 73. Haben Sie Probleme mit dem Schlafen, mit dem Gelenkern, so Kopfschmerzen? Ja, mit dem Schlafen, ne? Ja, müde bin ich jetzt auch gerade, ne? Das ist, sag ich mal, immer wenn ich nicht genug schlafe, ich weiß nicht, ob Sie das wussten, aber dann ist man hinterher müde. Ja, natürlich, wenn man nicht schlaft, natürlich fühlen Sie sich müde. Ja, und ich habe auch immer Schmerzen beim Sprechen. So, jetzt. Hallo? Schmerzen beim Sprechen? Wo haben Sie die Schmerzen beim Sprechen? Ja, im Hals, ne? Verstehe ich. Dann, ich wollte Sie dann sagen, dass das Mittelwellton ist 100% eine rein pflanzliche Mittel. Die hat überhaupt keinen Schaden für die Gesundheit. Ich wollte aber was Chemisches haben, weil Blumen habe ich ja auch im Garten, ne? Was möchten Sie wieder haben? Was Chemisches. Ich will keine Kräuter haben, ich will die fette Chemiekeule. Ja, aber das Mittel, der Herr, ist 100% rein pflanzlich. Haben Sie denn auch was Chemisches da? Der Herr, wir reden über eine rein pflanzliche Mittel. Ja, ja. Das Mittel hat keinen chemischen Inhaltsstoffen, die hat überhaupt keinen Schaden für die Gesundheit. Und das Wichtigste ist, dass es 100% schon eine überzeugende Wirkung hat, auch wenn das rein pflanzlich ist. Ja, ich möchte aber lieber was Chemisches. Haben Sie denn eine Alternative? Nein, der Herr, wir arbeiten nur mit 100% rein pflanzlichen Mitteln. Aber das hilft, ne? Ja, natürlich. Das ist gut. Ja, auf jeden Fall. Ja, dann möchte ich das doch gerne mal ausprobieren. Wie lange dauert das denn, bis Sie liefern? Da wird dann die Lieferung dauert, der Herr, so vier, fünf Tage. So innerhalb von fünf Tagen wird das Produkt bei Ihnen geliefert. Aber das wäre schon nicht schlecht, wenn das zum Wochenende da ist, ne? Weil da habe ich ja wieder eine größere Runde hier, ne? Bis dahin muss ich die Gefäße halt gereinigt haben. Weil dann steht hier ja das nächste Massenbesäufnis an im Seniorenheim, ne? Wir werden es versuchen, aber ich kann Sie nicht den Garantien geben, dass das kommt schon am Wochenende. Das ist wunderbar. Ja, das wäre sehr freundlich, ne? Ich meine, vielleicht können Sie das ja hören. Ich habe ja so ein bisschen Probleme mit der Stimme. Haben Sie denn von Vita-Kraft auch die Sprechperlen da? Nein, leider nicht. Können Sie das denn besorgen? Nein, ich wollte Sie dann sagen, das haben wir nicht. Ich wollte Sie dann nur über den Welthorn Sie am besten erklären. Ja. Ja, über das Produkt Sie dann ein bisschen erklären. Also das Produkt ist ein innovatives Produkt in der Kardiologie. Die molekulare Formel zählt darauf ab, die Blutgefäße zu reinigen und erhöhten Blutdruck zu normalisieren. Auch noch? Ja, natürlich. Weil das Leben selbst bewegt sich durch die Blutgefäße und sättigt die inneren Organe mit Feuchtigkeit und Sauerstoff. Mit Feuchtigkeit? Ich weiß nicht, ob Sie das wussten, aber wir bestehen ja im Prinzip zu 90% aus Wasser, ne? Und trotzdem können wir ertrinken, das ist ja auch irgendwie ein Widerspruch in sich, ne? Ich wollte nur sagen, man braucht schon die Gefäßereinigung, weil die verschmussten Blutgefäße behindern den freien Blutfluss, der direkt zu Blutdruck führt. Und natürlich so verschmusste Blutgefäße verursachen auch die meisten chronische Krankheiten, wie Schwellungen, wie Fluchhäuser, Kopf- und Gelenkschmerzen. Aha. Und wenn verstoppte Blutgefäße nicht beseitigt werden, kann das schlimme Folgen haben. Welche denn? Und das Produkt Weltton? Bitte? Welche Folgen hat das erstellt, wenn man keine Sprechperlen zu sich nimmt? Ja, natürlich sage ich Ihnen, nicht dieses Mittel, aber ich meine, wenn Sie die Gefäßereinigung nicht machen, ja, das natürlich auch, das hat schon schlimme Folgen. Für wen denn? Für die Meerschweinchen? Ja. Ja? Das kann ich ja nicht zulassen. Ja, ich wollte Sie sagen, steigt das Risiko von Schlaganfall von Herzinfarkte her. Und Schlaganfall? Ist das das was? Nein, das sage ich jetzt. Schlaganfall. Schlaganfall, nicht Schlafanfall. Schlaganfall. Also ich habe ja im Prinzip auch eine ausgeprägte Narkolepsie, ne? Ich habe das auch schon mal probiert, dass wenn die mir so eine Zeitung andrehen wollten, dass ich am Telefon dann einfach eingeschlafen bin. Und die haben sich so aufgeregt, die Leute, das können sich gar nicht vorstellen. Ich wollte Ihnen dann sagen, wir reden über ein Produkt, das schon die Gefäßereinigung macht. Ja, ja, wie macht das das denn? Also Sie sagen genauso oft im Prinzip wie ich, das finde ich im Prinzip sehr gut. Deswegen, wie gesagt habe, macht die Gefäßereinigung, aktiviert die Wernernachfluss und natürlich verbessert die Arbeit der Gefäße und vergrößert die Konzentration des Sauerstoffes im Blut daher. Ja, also das Produkt enthält schon aktive Sauerstoffmoleküle, der Herr. Ach so. Basiert bei Ihren gezielten Salzgruppen, weil Sie sind so 73 Jahre alt. Ja, ja. Und damit Sie die Blutgefäße vollständig zu reinigen und den Bluchhautdruck zu normalisieren, empfiehlt der Herr Stelle, das Mittel so welcher und daher von ein halb Monat bis zu zwei Monaten lang zu nehmen. So lange? Herr Maulwurf. Ja. Ja, natürlich. Man kann nicht die Gefäßereinigung innerhalb von ein paar Tagen machen. Ich dachte, das ist wie beim Geschirrspüler. Einmal so einen Tab reinsmeißen, dann hätte ich mich halt auf Stufe 3 gesaltet, hier mein Massage-Sessel, damit das auch alles richtig schön durchgeschüttelt wird. Und dann hätte ich das Programm Nummer 3 im Schongang durchlaufen lassen und gleichzeitig zu meinem Geschirr ist dann halt auch die Gefäße alle sauber, ne? Weil ich musste ja wieder die Weinsäule ansetzen. Das wollte ich Sie sagen. Sie werden den Produkt so von ein halb Monat bis zu zwei Monaten täglich nehmen. Sie nehmen so zweimal am Tag, so 20 Tropfen morgens und 20 abends. 20? Genau. Darf man da Alkohol dazu trinken? Natürlich können Sie trinken. Auf jeden Fall. Ja? Aber nicht mit dem Alkohol. Sie werden die Tropfen mit Wasser nehmen, nicht mit Alkohol. Ach, sie hat das Frage, weil ich trinke ja gerne mal schon Absackerabends, ne? Auf jeden Fall können Sie trinken, aber ich meine die Anwendung, um eine richtige Anwendung zu machen, sollen Sie das mit Wasser nehmen, nicht mit Alkohol. Natürlich, danach könnten Sie Alkohol trinken oder trinken Sie, was Sie wollen. Aber das Mittel soll jetzt mit Wasser eingenommen. Ja, ich würde dann halt auch schon gerne mehr Schweinchen mitnehmen, ne? Das wollte ich Ihnen sagen, bitte. Also die beste Programme, die wir haben für die Gefäßereinigung ist dann die Intensivset von Wellton. Wir enthält so vier Flaschen von den Tropfen und zwei weitere Flaschen werden Sie daher von uns geschenkt haben. Zwei geschenkt? Oh, das ist ja super toll. Genau. Dann die Programme wird Sie dann der Herbst für zwei Monate lang reichen und nach den 60 Tagen kommt es nicht in Frage, etwas anderes für die Gefäßereinigung zu nehmen, weil Sie haben schon die Gefäße gereinigt, sodass... Ah, verdammt, jetzt habe ich den weggedrückt. Das wollte ich eigentlich gar nicht. Oh, ja, da sind wir gerade unterbrochen worden. Schön, dass Sie zurückrufen. Ja, die Leitung... Ja, natürlich. Und wie gesagt, ich habe Sie über ein volles Intensivprogramm erklärt. Ja. Wir haben natürlich auch ein Grundprogramm von den Mitteln. Die enthält schon drei Flaschen und die vierte ist gratis. Das ist für einen halben Monat lang. Haben Sie nicht gesagt, ich kriege zwei geschenkt? Ja, 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 ja. Habe ich gesagt. Das werden Sie bei dem Intensivset haben, aber wir haben zwei Programme für den Produkt. Eine ist das Grundprogramm und die volle ist das Intensiv. Ja, also ich sage mal, meine Gefäße, die sind halt durch die Grillfeier am Wochenende jetzt so schmutzig. Ich glaube, ich brauche da schon das Intensivprogramm, weil ich kann meiner Frau ja auch nicht zumuten, dass die das alles von Hand sauber macht. Verstehe ich. Ja, natürlich. Das kann auch jeder gezielte Salzgruppe nehmen und das Mittel kann schon auch als Vorbeugung eingenommen. Ach so, das ist quasi so eine Antihaftbesichtung. Wie gesagt, kann man das als Vorbeugung nehmen, weil die Gefäßereinigung braucht schon jede Person. Ja, ja, wir können ja nicht von dreckigen Tellern essen und nicht aus dreckigen Schüsseln uns ernähren. Wie ist das denn, wird das denn aufgetragen? Sagen wir mal, schüttet man das als Beigabe in Geschirrspüler oder trägt man das mit einem Pinsel auf? Eigentlich, das kommt in Tropfenform, der Herr. Ach so, ist das zum Einreiben. Es wäre doch sinnvoller, das vor dem Essen zu machen, weil sonst nach dem Essen sind die Sachen ja alle dreckig. Ich will ja, dass das sauber bleibt. Verstehe ich. Wie gesagt, die Beschreibung und alles liegt jetzt dabei mit der Verpackung, wie Sie das nehmen sollten. Eine detaillierte Beschreibung werden Sie auf Deutsch dabei haben. Aber ich werde Sie auch schon als Garantie den Kundendienstnummer haben. So, wenn Sie auch bei der Beschreibung, wie gesagt, Fragen stellen möchten an der Beschreibung, dann können Sie bei uns schon wieder melden. So, diese Intensivprogramme, die Sie haben möchten mit sechs Flaschen, wobei zahlen Sie nur für die vier, kostet Sie heute daher nur die 148 Euro, so Freifersand. Ja, das ist in Ordnung. Das ist die volle Zeit. Kostenloser Versand, ja. Kostenloser Versand. Dann an die Bestellung werde ich wieder der Herr Ihre Adresse brauchen. Ich wollte lieber Ihre Postleerzahl haben. Könnten Sie mir das sagen? Was soll ich machen? Ihre Postleerzahl würde ich lieber haben, so die Adresse, wo ich das liefern soll. Ach so, ja, das ist 203,59. 203,59, okay, habe ich notiert. Und die Straße? Ja, die heißt Spielbudenplatz. Okay, Hausnummer? 31. 31, habe ich. Ja, das ist ja im Prinzip, ja, das ist ja das Kommissariat 15, die Davidwache, ne? Dass Ihr Kurier da hinkommen kann. Ja, natürlich. Sie werden einen Tag vorher telefoniert sein, damit Sie Bescheid wissen, wenn die Ware da geliefert wird. Weil ich sitze da ja ein, ich habe ja sieben Jahre abzusitzen. Also ich werde auf jeden Fall da sein, ne? Der kann vorbeikommen. Natürlich. Natürlich. Sie werden sowieso einen Tag vorher telefoniert sein, damit Sie Bescheid wissen, wenn die Ware kommt, Herr, okay? Ja. Ich wollte Sie dann bitte unsere Telefonnummer geben. Haben Sie etwas zum Schreiben, bitte? Einen Moment, bitte. Nehmen Sie die Zeit, bitte. Was soll ich machen? Haferbrei? Unsere Telefonnummer wollen Sie bitte geben. Ja. Können Sie die dann hergeben, bitte? Ja. Die Nummer lautet 493. Ja. Ja, dann kommt die 221. 221. 324. 324. 9020. 9020. Okay. Können Sie für den, weil hier wohnen mehrere Leute, also so zwangsweise hier auf der Davidwache, manche sind zum Ausnüchtern da, andere sind, sag ich mal, so Gauner halt generell, können wir für den Kurier noch ein Passwort abmachen, das der dann sagt, wenn der das abgibt? Eigentlich, ich glaube, das wird nicht notwendig, weil er wird Ihnen selbst dann reichen. Verstehen Sie mir? Ja, aber wir haben hier ja die Wache vorne. Der lässt ja nicht jeden rein. Und er muss dann ein Passwort sagen, damit die mich runterrufen, ne? Können Sie das eben aufschreiben? Ja, geben Sie mir dann wieder dein Passwort. Ja, das ist ja im Prinzip Hodenkobold, soll ich Ihnen das buchstabieren? Ja, bitte. Heinrich Otto. Okay. Dora Emil Nordpol. Okay. Kaufmann Otto Ludwig Darmstadt. Das ist das Passwort. Können Sie das nochmal wiederholen, zur Sicherheitszwecken? Hodenkobold, haben Sie mir gesagt. Hodenkobold wird das ausgesprochen. So, gut, dann haben wir jetzt das Wichtigste besprochen. Ich würde jetzt aber gerne für meinen Enkelsohn, ne? Weil der fängt jetzt ja bald mit seiner Gesangsausbildung an, hier bei der Philharmonie in Hamburg, falls Sie die Elbphilharmonie, falls Sie das kennen. Und ich würde für den im Prinzip auch gern noch was bestellen. Was möchten Sie dann bestellen? Ja, wir brauchen Sprechperlen von Vitakraft. Das haben wir nicht, der Herr. Aber Sie haben doch bestimmt ein vergleichbares Derivat. Weil der hat ja im Prinzip, der hat ja auch so ein schickes Federkleid und auch so stechende Augenwiese und wellensittig. Aber wir brauchen halt die Sprechperlen. Sprechperlen und falls Sie haben, auch Lebertranperlen, damit er vor der Ausbildung nicht noch krank wird, ne? Das haben wir das nicht, Herr. Haben Sie kein Lebertran? Aber ich wollte Sie dann fragen. Nee, wir sind nicht. Warum haben Sie mir wieder dann diesen Passwort gegeben, damit Sie dann fragen? Ne, da gibt es ja ein Pferd nach vorne. Ein Portier. Bitte nochmal? Portier. Er ist ein Corcierge, ein Portier am Eingang. Und er lässt nur Leute rein, die das Passwort haben. Weil wir sind ja hier, das ist ja im Prinzip der Fuchsbaune. Das ist ja eine Geheimorganisation. Verstehe ich. Dann, über die Bezahlung wird Sie an diesem Produkt erklären. Also, Herr Maulwurf, das Produkt wird bewiesen, um den Mastercard zu bezahlen. Wenn Sie eine Visa oder ein Mastercard besitzen, dann können Sie schon die Bezahlung von Ihrem Handy machen. Von Ihrem Smartphone. Ich habe gar kein Smartphone. Bin über 70. So etwas habe ich nicht. Dann, die Ware wird jetzt bei Ihnen geliefert nach fünf Tagen. Wenn der Kurier ruft Sie dann an einen Tag vorher. Ja. Wenn Sie dann die Ware da haben, dann könnten Sie jetzt die Bezahlung an der Halterware machen. Ja, das können wir machen. Es ist kein Problem, dass wir das dann bei Bezahlung machen, äh, bei Erhalt machen. Bei Erhalt der Ware dann machen. Und dann, Herr, Sie haben für die sechs Packungen vom Welthorn entschieden. Ich wollte Sie sagen, als Dankeschön von unserer Seite, könnten Sie dann, der Herr, eine extra Packung vom Welthorn haben. Noch eine. Dann werden Sie, der Herr, nur für die, ja, nur eine dazu für 15 Euro, wenn Sie davon profitieren möchten. Ja, klar. Ich brauche ein gutes Geschirrspielmittel, ist ja schwer zu kriegen, ne. Dann machen wir gleich den Sack voll. Komm, ich nehme noch eine mehr. Das ist doch großartig. Dann haben wir dann sieben Flaschen im Total. Dann, Herr, ich mache dann kurz eine Zusammenfassung. Heute habe ich mit dem Herr Hans Maulwurf gesprochen. Ja, hier ist Hans Maulwurf. Sie sind in... Der Name ist Programm. Ja, Sie sind in... Ja, Sie sind in Hamburg. Ich spiele Bodenplatz, Hausnummer. Habe Sie mir gegeben, war die Nummer 31. Ja, ja, genau. Also 12. Entschuldigung, 20, 359, mein Fehler. Ja, werden Sie dann die sieben Flaschen vom Welthorn haben und zahlen Sie daher die 163 Euro. Ja, ja, klar. Das ist ja die Anschrift von der Davidwache. Da ist der Kurier ja dann gleich richtig, ne. Da können die den gleich rannehmen, da. Ja, natürlich. Sie werden sowieso einen Tag vorher telefoniert sein, damit Sie jetzt Bescheid wissen. Okay? Von wo kommt der Kuri? Wie heißt der denn, dass ich da auch aufpassen kann? Der Kurier kenne ich leider nicht persönlich, der Herr, aber die Post heißt GLS. Ach, von GLS kommt das? Ganz genau. Ganz genau. Und von wo wird das geliefert? Sind Sie auch in Hamburg? Nee, wir sind in Frankfurt, Herr Maulwurf. In Frankfurt am Main oder Frankfurt an der Otter? Frankfurt am Main. Wir sind in Frankfurt am Main. Kennen Sie Frankfurt an der Otter? Und wie gesagt, nein, das geht nicht, wir sind in Frankfurt am Main, der Herr. Ja, das ist ja auch schön, ne. Ja, und wie gesagt, habe, innerhalb von fünf Tagen, okay, GLS, wir werden Sie dann einen Tag vorher telefonieren, damit Sie jetzt Bescheid wissen, okay? Wie hieß das Produkt jetzt nochmal? Ich kann das gerade gar nicht mehr finden. Weltona heißt das. W-E-L-L und dann Tone, wie Ton, wie auf Englisch, Tone. Ja, ich kann kein Englisch, ne. Hat das deine D- Francese? Okay, so Theodor, Otto, Northport, Emil, Tone. Das ist gut. Okay, dann werden Sie die sieben Packungen haben für die 163 Euro Rennbetrag, okay? Ja, ja, und Ihr Kurier bringt das dann direkt zur Kriminalpolizei hierhin, ne? Ja, wo Sie da sitzen, der Herr, während Sie das Produkt da haben. Das ist wunderbar, dann kann man hoffentlich zurückverfolgen, wo Ihr sitzt und dann klicken die Handzellen, ne? Was bitte? Gar nichts, ich habe nichts gesagt. Alles Gute, tschüssi dann. Bestand, tschüss. Alter, das war ein elendes Scheißpack. Ich muss mal ein Video über die Seite machen, da verkaufen die alle wirklich hier alles. Creme zum Brüste wachsen lassen, Mittel gegen Prostatitis, Seekapseln, Creme für Gelenke, Tabletten gegen Haarinkontinenz, männlichen Libido-Booster, Vision-Nahrungsergänzungsmittel, das ist dann wahrscheinlich für Vampire, um die Nachtsicht zu verbessern, Gel für Krampfadern, Augenheilmittel, Kapseln für die Potenz und alles um die Hälfte reduziert und natürlich auch keine Apothekenzulassung oder irgendwas. Das ist eine riesen Verarsche, die die da machen. Ja, und jetzt liefern die Trottel das Geschirrspülmittel für die Reinigung der Gefäße direkt zur Davidwache nach Hamburg. Und dann kommt der Kurier da rein und sagt am Empfangsliste zur Polizisten den Hodenkop aus. Dann gucken, hoffentlich fangen die den dann gleich ein, den Idiot. Alter, geil. Alter, geil.